Dieses Expertenangebot der Woche ist kompakt, flexibel und leistungsstark. Mit einer Leistung von bis zu 700 Watt ist auch hartnäckiger Dreck kein Problem mehr für den AEG Power Force. Und auf sowas hier könnt ihr und eure Nachbarn getrost verzichten, denn mit nur 77 Dezibel ist der Staubsauger extrem leise. So wendig wart ihr beim Saugen noch nie unterwegs, denn die 360 Grad Motion Technology sorgt für absolute Bewegungsfreiheit. Unerreichbare Stellen sind dank der ultraflachen Speedy Clean Bürste ab sofort Geschichte. Und keine Sorge, wenn der Frühjahrsputz mal wieder etwas länger ausfällt. Mit der Energieeffizienzklasse A ist der Staubsauger sehr sparsam. Durch die 180 Grad Abdeckung des Staubsaugers ist ein kinderleichtes Herausnehmen und Einsetzen des Filters sowie des Staubsaugerbeutels garantiert. Und dank der 3,5 Liter Volumen müsst ihr auch nicht ständig den Staubsaugerbeutel wechseln. Dieses Expertenangebot der Woche bekommt ihr in allen Expert-Fachmärkten für nur 88 Euro. Das ist das, was wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen, wie wir sehen.